Hallo, wir sind Isola Hendersons. Das ist meine Frau Madeleine, mein Sohn Xavier, der gerade acht Jahre alt ist. Mein Name ist Miguel. Xavier hat ein paar tolle, spannende Hobbys. Erzähl mal. Auf jeden Fall. Das ist mein Hobby, dass ich meine Eltern besitze und dass ich meiner Familie helfe. Damit wir immer zusammenbleiben und dass wir immer lieb sind und dass wir immer uns niemals steuern. Und dass wir immer zusammenhalten, wenn uns jemand angreift. Oder wenn mein Motorrad gepackiert, dann ist das Leipop wie in der Bahnhof. Dann kaufen wir einfach einen neuen Reifen. Ich bin spaunlos.